Musik Ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen der gesamten kulinarischen Crew von AIDA. Kochen bedeutet für mich auf die Märkte zu gehen, frische Produkte zu verarbeiten, mich inspirieren zu lassen, wie kann ich das besser in Szene setzen und wie komme ich auf einen perfekten Geschmack. Und das ist für mich Kochen. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass man einfach mit der Zeit schaut, wo geht der Trend hin. Gerade wenn man am Schiff unterwegs ist, muss man immer schauen, dass man up-to-date bleibt. Auch ich habe vorher bei verschiedenen Sternenköchen gearbeitet und habe mir da einen gewissen Schliff geholt. Wo Franz steht, draufsteht, ist Qualität drin, meine Damen und Herren. Aber du bist nicht nur hier bei uns an Bord verantwortlich in unserem Rossini, du bist auch außerhalb von AIDA immer bei den ein oder anderen Events unterwegs. Und ich habe es gerade eben erwähnt, auch im Fernsehen zu bewohnen. Genau, nebenbei noch, wenn ich Zeit habe und das mit dem Rossini natürlich vereinbaren kann, bin ich nebenbei noch Juror in der Küchenschlacht auf ZDF. Und das Tolle ist daran, nicht nur Juror bei der Küchenschlacht, sondern wir wollen das Ganze auch an Bord bringen. Also ich denke, bei der einen oder anderen Pur-Reise oder bei der einen Event-Reise werde ich das Ganze mal, wenn wir es so hinbekommen, auf der Bühne mal moderieren oder als Juror tätig sein. Also auf das freue ich mich auf jeden Fall schon. Die Küchenschlacht läuft der AIDA-Flotte, meine Damen und Herren. Das wird ein Highlight sein, worauf sie sich 2017 freuen dürfen. Was erwartet unsere Gäste ausschließlich bei dir dann im Rossini oder wird es auch öffene Events geben, Kochschule? Was wird man mit dir erleben? Also wir werden da wirklich Gas geben. Wir werden Workshops geben, wir werden Burger-Workshops, wir werden Fleisch-Workshops geben, verschiedenste Art und Weise. Auch mal Rossini-Workshops, also kleine Kochkurse, wie es normalerweise im Rossini abläuft. Die Kooperation mit AIDA, die AIDA sind auf Jungs und Mädels und auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich mir was vorstellen kann. Und dann halt was. Ich bin jetzt nicht so der typische Gourmet-Koch, den man sonst auf vielen Kreuzfahrtschiffen trifft, wo man dann ein namentlich genanntes Restaurant der absoluten Spitzenklasse führt. Da bin ich nicht so der Typ für. Ich finde schon, dass Essen elitär sein darf, aber nur elitär in der Qualität und nicht elitär in der Zugangsmenge für die Leute. Also machen wir eine Kochschule. Das heißt, hier in diesem wunderschönen Ambiente, in dem wir uns hier gerade befinden, vermitteln wir interessierten Menschen auf den Reisen Inhalte über Essen und Trinken. Am meisten war ich von Anfang an überrascht von der Professionalität. Top-Qualität, großartige Produkte. Ich meine, die Qualität auch der Mitarbeiter hier, der Köche, Küchenchef, Südchefs und so, herausragend. Bei mir ist ja Kochen mehr als nur das Vermitteln von Rezepten, sondern bei mir geht es ja beim Kochen hauptsächlich um Emotionen. Und diese Emotionen gemeinsam zu kreieren, herzustellen in diesem wunderschönen Ort, das ist so ein Projekt der Zukunft, was wir hier machen wollen. Wann kriege ich die an Bord zu sehen? Wo schaue ich nach? Ja, ist ganz einfach. Man geht einfach auf aida.de und da gibt es dann mit dem Slash Gourmetreisen, kann man sich also alle Informationen ziehen zu unseren Gourmetpaten, aber auch wann man sie an Bord treffen kann. Also wer sagt, ich möchte immer mal bei Tim Melz in der Kochschule sein, der hat dann die Chance, eben ganz konkret diese Reise zu buchen. Und man findet dort eben auch alle anderen Informationen, auch über das Kochthema hinaus. Also es lohnt sich ein bisschen auf unserer Seite zu stöbern und hier eben für das kulinarische Thema die Gourmetreisen-Unterseite. Ich bin aus einer alten Konditorenfamilie raus und ich habe das Backen quasi mit dem Löffel aufgenommen. Und somit hat es mich so begeistert, dass ich 1999 die Weltmeisterschaft gemacht habe, dann beim Käfer und Dallmeier gearbeitet habe als Abteilungsleiter, später nach Hongkong gegangen bin und nach Hongkong habe ich den elterlichen Betrieb übernommen und jetzt ist der Betrieb in der Nähe von München in Oberpframmern und da ist quasi mein Prachtstück. Und da backe ich und habe die größte Backakademie Deutschlands. Wann wirst du mit dabei sein? Oh, ich werde dreimal mit dabei sein. Das ist ja unfassbar. Ja, mir hat es so gut gefallen, er hat gesagt, dreimal sofort. Und zwar bin ich im Mai auf der AIDA-Purreise auf der Bella, eben hier mit meinen zwei Kollegen, wo ich mich sehr drauf freue. Dann bin ich im Juni nochmal quasi auf der Prima mit den Kindern. Da werden wir das so ein bisschen featuren, weil da sind große Ferien und dann holen wir den Weihnachtsduft im Dezember auf die Prima und dann werden ordentliche Plätzchen und Lebkuchenhäuser gebacken. Unsere Gourmet-Parten haben sich aufgemacht, uns kulinarisch 2017 auf der Kuspenflotte zu verwöhnen. Guten Appetit! Das waren Sie, die Hottest News aus unserer AIDA-News-Küche.